Hallöche meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Shadow Warrior auf der PS4. Ah, fuck! Das war fies! Das konnte man... Das konnte man gar nicht sehen, dass dahinter was war. Oh, toll. Ich will da gleich an, mich zu mobben. So, wir sind hier irgendwo in der Kanalisation. Ich weiß nicht wo. Aber wir werden es herausfinden. So, hier hinten muss irgendwo ein Weg sein. Ah, hier können wir das Wasser noch weiter abpumpen. Hoffe ich zumindest nicht, dass es dann wieder hochpumpt. So, wir müssen aber gucken. Wir müssten da irgendwie hinkommen. Wie soll man... Wie soll man da hinkommen? Hm. Ja, so nicht. Okay, Moment. Lasst mich mal kurz überlegen. Wir gehen erstmal kurz hier entlang. Da ist doch schön, da ist ein Scheiß. Na, komm! Also. Schön vorsichtig sein. Okay, da ist nix. Ach. Ah, okay. Ich verstehe. Gut, wir müssen erstmal tiefer. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie einen Weg wieder hoch. Ich weiß es nicht. Also gut, pumpen wir erstmal die Scheiße hier ab. Was den Sinne. Hier sieht's richtig schön glibberig und eklig aus. Die Farbe ist allerdings hübsch. Oh oh. Ich ahne Schlimmes. Schwitter, so eine Kackkugel. Wieso gefällt mir das hier gerade nicht so? Es sind keine Gegner da. Und da unten ist das Siegel. Oder, nee, da ist was. Oh, da ist ein Kristall. Hm. Momentchen mal. Können wir da mit rumspielen? Was ist das? Okay, hier können wir noch nix machen. Ich pumpe erstmal das Wasser ab und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Na ja, erstmal hole ich mir da das Secret. Das ist doch kein Dings gewesen. Das Wasser hier sieht weniger toxisch aus, aber irgendwie auch nicht unbedingt gesünder. Das ist schon wieder so eine Kackkugel. Ich tippe mal drauf, ich tippe mal drauf, dass wir das Ding hier benutzen müssen. Ah, da ist das Siegel. Au, fuck, was war das jetzt? Ach, da war noch so eine Kackkugel. Whoa, whoa, whoa. Oh, 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 oh. Ja, ja. erwischt mach dich halt wütend fass dich einfach sehr gut ja doch gut aber jetzt dürften keine gegner mehr auftauchen das glibbert alles noch ein bisschen guck mal die Niere das sieht aus wie der Magen lecker ne ok wurden hier zufällig auch mal ein paar Leichen entsorgt oder warum liegt das hier das war nicht ich glaub ich so her mit dem Stuff ah fuck diese Dinger kotzen mich an gut jetzt ist die Tür oben offen aber ich weiß immer noch nicht wie ich alles oh shit oh shit da sind ja noch welche hinter mir das hätte mir einer sagen können oh die explodieren fuck oh fuck wow 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 das war mehr als knapp shit ok gut wir verpissen uns von hier das wird mir zu viel das wird mir zu viel ja sehr schön ja so langsam wird's zumindest was die Kräfte angeht aber das heißt wenn die hier waren hier sind noch mehr kommen wahrscheinlich jetzt jede Etage welche oder da schon mal bereit machen na komm ihr könnt's doch nicht lassen ja ja oh shit nein das wollte ich nicht geh weg von mir verdammter Dämon ja sehr schön na komm her zu mir sehr schön oh mein Gott ha 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 ok da werden jetzt gleich eine richtige Armada an geschissen kommen wahrscheinlich müsst ihr irgendwo abfangen am besten hier huah na wollt ihr nicht kommen da dachte ich's mir noch stirb shit oh die halten ganz schön was aus na aber noch eine Schwertwelle überleben sie nicht ok so jetzt muss ich auch nochmal zurück wie komm ich da hin das fuchst mich jetzt wie komm ich da hin lass mich da rein echt jetzt ne das wärs ja gewesen aber das kann das kann's nicht sein hä wieso Moment ne ich weiß nicht wie ich da hinkommen soll ich hab keine Ahnung ich sehe es direkt vor der Nase das ist immer das fieseste die zeigen das einem so auf die Art so auf die Art guck doch mal wie du da hinkommst wo kommt ihr denn jetzt her willst du mich verarschen? blockt da meinen Angriff ok alles ist cool es war mir klar dass nichts cool ist schnauze 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 und shit ok die halten zwei Schwertwellen aus das ist nicht schön sehr schön uuuh wir kriegen ne gute 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 Bonus hier ist das tot? ja ich geh nur lieber gern auf Nummer sicher halt 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 das muss auch ne Möglichkeit geben da hin zu kommen das nervt mich immer wenn ich solche Wege nicht finde na super na super nur noch mehr Wege als ob wir nicht schon genug Optionen zur Auswahl hätten hm das sieht nicht gut aus da ist ein Secret ich dash lieber mal ein bisschen schneller hier rüber ich weiß nicht ich bin mir unsicher ob das wirklich hält aber naja ich muss ein bisschen aufpassen mit meinem Dash nicht dass mir wieder so ein Scheiß passiert oh wir haben Karma oh ein Glückskeks wer da ein Rad von einem Keks für voll nimmt der soll wahrlich zerbröseln oh ach die Sprüche uh Geheimnis gefunden Schatzjäger ich kassier hier Trophäen einen nach der anderen so gut bevor ich jetzt das Knöpfchen drück checken wir erstmal die Karma wir haben 2900 Öcken vielleicht warte mal das war ja das war die Maschinen Episode ne der Debuff komplett fertig bis auf Munition aber Munition finden wir ja sowieso hier fehlt noch das da und das da das sind insgesamt 2400 sind 3200 dann könnten wir die Armbrust komplett machen oder aber ich investiere was ein bisschen in die Dings das hier kostet 2500 ja der kostet aber 4000 warte mal wir sind jetzt grad zu nah dran ich weiß nicht vielleicht teilen wir es auf komm wir kaufen einmal das hier und wir haben noch 1000 übrig ja gut das reicht nicht ah shit Moment ich wollte ja noch das Karma checken ihr wisst ja Karma ist wichtig da wo haben wir es denn da so was ist mit Kopfjäger nutze das volle Potential der Waffen Schädel töten 30% schneller ha das mit dem Dämonentöter könnte mir auch mal nützlich sein ich nehme mal den Dämonentöter dann machen wir einfach 10% mehr Schaden an einen normalen Dämonen klick komm nicht mehr zurück ne sag mal wer baut denn sowas ich meine wer baut denn sowas dass es dann so zerätzt wird hier äh und dass man es auch wieder abpumpen kann weil guckt euch mal das an das ist schon richtig ja das ist schon eine richtig ganz schön lange Zeit lang so gewesen anscheinend oh nein was wollt ihr denn 0815 Skelett Penner hier soll wohl ein schlechter Scherz sein naja shit komm her haha ich weiß der hätte nicht unbedingt dafür verwendet werden müssen aber hey sah cool aus ein grünes natürlich wer hätt´s gedacht da geht´s nicht also ahja gut dann schlagen wir uns mal hier durch die Giftmüllfabrik keine Ahnung was zum Geier hier abgeht da 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 ja so in etwa hatte ich mir das auch vorgestellt guckt euch nur die Scheiße an okay ich glaube hier wird´s gleich richtig zur Sache gehen wow nein nicht so einer shit fuck es sind mehrere willst du mich verarschen mit nöh scheiß nekromant ja 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 klar und noch so einer dazu heute übertreibt man mal gar nicht ne so den haben wir ja naja ja ja der hat wieder mit so scheiß Schuttschild der hat wieder mit so scheiß Schutzschild na komm her na ja 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 Der andere Penner ist ja auch noch da, den habe ich total vergessen. Ach, scheiße, ich muss ja mal nachladen. Okay, warte mal, ich konzentriere mich erst mal auf ihn hier. Shit, ich will dann nachladen. Oh, kannst du nicht mal sterben? Boah, wie viele denn? So. Du lebst ja immer noch. Ist der jetzt mal tot? Boah, shit, 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 shit. Boah. Ich weiß nicht, nicht, dass der wiederbelebt wurde von seinem Kollegen hier. Aber wer drängt mich da in die Ecke? Okay. Mal sehen, ob du gefangen werden kannst. Nee, kann er nicht. Ich frag jetzt einfach mal nicht. Boah. Das war übertrieben. Dung, dung, dung. Klar, als ob das jetzt auch noch Geheimnis gewesen wäre, da das bisschen Karma in der Ecke. Drecksack. Das ist wie ich. Fling. So, da ist das Siegel. Aber. Okay, das ist alles broken. Was haben wir hier noch? Wie ist der denn bis hier hinter geflogen? Hehehe. Hm. Den haben Sie wieder nicht wiederbelebt, ne? So, hieß hier noch irgendwas? Nichts. Naja. Wenigstens ein bisschen Muni. So, apropos Muni. Na, erstmal gucken. Ist nachgeladen. So, erstmal nachgeladen. Halt. Jawohl, da haben wir wieder volle Muni. War auch so ziemlich. Alles klar. Gut, dann zerstören wir mal das Siegel. Zack. Und gehen mal wieder hoch. Würde ich mal schwer behaupten. Beziehungsweise einfach hier durch, nicht wahr? Ja. Okay. Okay. Wieso öffnen sich die Türen immer hinter mir? Das, das habe ich schon früher immer gehasst. Egal. Huh. Hätte ja sein können, dass da noch was ist. So, wir gehen jetzt erstmal weiter. Kommen wir jetzt eigentlich wieder raus? Sieht fast so aus, oder? Nein. So, da ist es, wo die toxischen Fluide kamen. Ach, von dem Schiff hier. Okay. Das heißt, ich darf nicht ins Wasser? Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. Ja, nee, ist klar. Da ist noch ein Geheimnis. Okay. Ah, nein, ist ja sicher. Auf, 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 auf. Auf, auf, auf gesagt. Oh, oh. Weg, 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 weg. Scheiße. Ah. Ah, er duckt sich halt, weil ich das Wunder weg. So, wo ist er? Na, Großer? Ah. Ah. Ich darf mich nicht in die Ecke drängen lassen, eigentlich. Boah. So. Na, was ist los? Ich allee doch mal einen Arm, oder so. Scheiße, ey, wieder mit seinem blöden Kackschutzschild. Ja. Na. Na. Arm verloren. Ah, verpiss dich doch. Und tschüss. Ach, nee. Ach, nee. Ach, genau, noch die Penner. Ja, klar, als ob ich den jetzt erwischt hätte, aber egal. Okay, jetzt reicht's. Ah, piss dich mal von mir. Scheiße, du bist lustig. Oh, nein. Ja, klar. So, ob ich da nur so beschisse Bonus für kriegen würde. Das hier sieht aus wie ein Secret-Way. Zumindest halbwegs. Ja, definitiv Geheimweg. Arm ab. Okay, die Tür geht nicht auf. So, jetzt die Frage. Wohin geht's da oben? Bitte nicht zum Ausgang. Ich will noch nicht raus. Eigentlich, ich suche noch die anderen Geheimnisse. Nee. So, was haben wir hier? Armbrustbolzen. Geld. Oh, shit. Das klang so, als wäre da oben noch irgendwas gewesen. Okay, also wenn's aber hier hoch geht, dann müssen wir nochmal zurück. Ja. Dann müssen wir definitiv nochmal hier irgendwo gucken. Ja, hier glitzert's auch noch überall ein bisschen. Das nehme ich gerne mit. Danke für die Muni. Jetzt habe ich gerade gedacht, da oben wäre einer. So, Lebensenergie. Okay. So. Hier muss aber noch irgendwo ein Weg sein. Oder irgendwas. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Ah. Okay, da oben ist ein Kristall. Oder ein Geheimnis. Eins von beiden. Irgendwie muss es da oder so. durchgehen. Ich weiß noch nicht genau, wie. Auf jeden Fall. Warte mal, komm ich da so ran? Das wäre ja voll der Fail, wenn ich da so rankommen würde. Shit. Warum muss man ja mal zwei Meter vorne dran stehen? Moment mal. Okay. Nee, das geht auch nicht. Gut. Wir gucken erst. Wir checken erst mal unsere Karma-Punkte. Das mit dem Schaden ist ja eigentlich schon gut. Ich glaube, ich nehme das mal. 20% bei höheren Dämonen. Ja. Das nehme ich jetzt einfach mal. Gut. Also wenn es da keinen Weg gibt. Ja, dann müssen wir oben einen Weg finden. Ich habe Lust gerade noch. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe gerade mal Lust, dem nächsten Dämon, der mir begegnet, einfach mal wieder so einen Headshot zu fassen. Bam. Irgendwie macht das Spaß. So. Ah. Eine einsame Kiste. Muss da noch irgendwo ein Weg sein. Irgendwo muss hier ein Weg sein. Ich hoffe. Ah. Okay. Gut. Das nehmen wir, das nehmen wir, das nehmen wir. Gut. Alles klar. Wir haben wieder. Wie viel Geld? Ah. Hier kann man das Feuer abdrehen. Sehr gut. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Könnte sein. Ich habe dir gesagt. Ich erinnere mich nicht, was passiert. Vielleicht haben sie deine Erinnerungen genommen und sie in eine andere Erinnerung genommen. Du musst eine Erinnerung für eine Erinnerung, um eine dieser Dinge zu kreieren. Ich würde das nie machen. eine Erinnerung opfern. Ah. Verstehe. So. Auf jeden Fall nehmen wir dann noch die Kohle. 1.600. Ah. Von hier aus kommen wir hin, oder? Ach. Jetzt sind wir ja wieder hier oben. Ja, das ist da, kurz bevor wir abgestürzt sind. Oh Gott, sind hier noch viele Geheimnisse. Oh Gott. Oh Gott. Ja, wir sind hier drüber gelaufen und sind dann da hinein geplumpst. Daran kann ich mich noch erinnern. Hier ist noch irgendein Bedienpult für irgendwas. Bevor wir desaktivieren, weil das sieht wichtig aus. Glückskeks. Zutaten. Weizenmehl, Zucker, Lüse, was? Lüser, Gel, Hyadromid und Tarzian, irgendwas. Sorry, ich hab's nicht so mit diesen Begriffen. War zu. So, wie kommen wir jetzt da hin? Ich will da hin und da hinten hin. Wie? Es muss einen Weg geben. Ich weiß, das hier zum Beispiel ist auch ein Geheimnis. Ja. Okay. Bingo. Nummer eins. Aber bringt uns das noch nicht viel. Oder? Komme ich hier überhaupt wieder weg? Ja. Ich hab grad... Ach, hier sind wir. Okay. Da hab ich grad ganz kleines bisschen die Orientierung verloren. So ein ganz kleines bisschen. Irgendwie müssen wir da hinkommen. Dieser Steg. Das ist der wichtige. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da... Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich da so runterjumpe. Ich hab Schiss, dass ich sterbe. Ach so. Oh. Das ist der Magnet, oder? Okay. Gut. Wenn das der Magnet ist... ...dann müssen wir ja hier rum. Genau. Dann müssen wir hier rum und wieder zurück. Puh. Japanisches Level-Design, hm? Puh. Puh. Ach, der hat gesessen. Reflexe. Meine Freunde. Boah, das hat die Suppe aber ganz schön... Ihhh. Ja. Das war seins. Entschuldigung. Wollte ich nicht. Oh. Ich hab grad ein Telefon gehört. Ah, das war nur das. Ja klar, das geht wieder nicht. Ja okay, gut. Gehen wir weiter. So. Es hat gefährlich geladen. Ja. Der einzigste Weg ist jetzt oben rum. Durch den Magneten. Dann gehen wir da mal lang. Den, 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 den. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hallo, ich will... Oh shit, das sind ja auch mehr. Okay, den werde ich so nicht... Oh, fuck. Ich hasse ihn. Oh, lass mich doch in Ruhe. Oh. Oh, du Sau. Na, Ärmchen ab. Das war schon mal gut. Oh shit, ich muss mich mal heilen. Irgendwo. Ah, ich wollte mich gerade heilen. Verdammt. Ah, ich wollte mich gerade heilen. Boah. Naja. Ausgerechnet so ein Dicker, ey. Mit dem hatte ich jetzt als letztes hier drin gerechnet. Ich weiß noch immer keine effektive Technik, um den es platt zu machen. Ich glaube, Schusswaffen helfen da mehr. Ja, ich probiere es einfach. Vielleicht die Explosivarmbrust. Hm. Mal ausprobieren. Warum muss immer alles kaputt gehen, auf das ich rumlaufe? Das verstehe ich nicht. Ich würde allerdings gerne... Wo bin ich? Okay. Ich würde nämlich gerne auch noch eine Kleinigkeit ausprobieren. Bevor... Na gut, das schaffen wir nicht, ne? Ne, das schaffen wir jetzt in dem Part nicht mehr. Okay, gut. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Im nächsten Part treten wir dann den Pennern hier mal richtig in den Arsch. Und ja. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.